Ich glaube, das hat viel auch mit Erlernen zu tun. Ich glaube, weniger mit Talent. Das Erlernen, hast du das von zu Hause aus nur mitbekommen oder was würdest du sagen, sind deine größten Lehrer? Durchaus. In aller erster Linie von zu Hause aus, würde ich sagen. Ganz vorne ran mein Papa natürlich. Früher war es oder ist eigentlich auch heute noch so, wenn ich aus dem Parcours komme und er sagt gar nichts, dann war das eigentlich schon ganz gut. Es gibt und gab auch immer was zu kritisieren, völlig normal. Ich denke, durch Lob ist es auch schwierig, sich zu verbessern. Also auf Schwächen hingewiesen zu werden, mal ruhig und dezent und mal auch sehr direkt, wenn es große Schwächen waren, die nicht nötig sind, gehört sicherlich dazu. Und ja, hat mir glaube ich sehr geholfen. Was sind deine größten Schwächen? Keine Ahnung. Manchmal ist es, würde ich jetzt heute vielleicht nicht mehr unbedingt so sagen, aber früher war es zwischendurch so, dass wenn es wirklich ein Turnier war, kann ich jetzt gar kein individuelles Beispiel sagen, aber irgendwie, sagen wir eine Meisterschaft oder so, irgendwas sehr, sehr Wichtiges oder für ein Teamreiten oder so, ging das manchmal doch besser, weil die nötige Ernsthaftigkeit und die richtige, wirklich hundertprozentige oder auch 110-prozentige Konzentration noch ein bisschen mehr da war, als wenn wir jetzt um den Kirchturm geritten sind. Und irgendwie, das war meistens nichts Gravierendes, aber dann sind manchmal Kleinigkeiten passiert, die einfach nicht passieren müssen, sollen und dürfen. Ja, und weil die dann passieren, aber nicht passieren müssen, weil es eigentlich besser geht, wurde man dann kurz vielleicht daran erinnert, dass das nicht sein muss. Verstehe, okay. Und erinnert von deinem Papa? In erster Linie wohl. Manchmal auch später und manchmal auch bis abends. Das liegt immer dran, wie Gravierendes gewesen ist. Das ist sehr unterschiedlich. Und wenn er dich lobt und wenn er sagen will, also wenn er mehr sagen will als nichts, was sagt er dann? Ähm, nichts. Nein, ist Quatsch. Ähm, weiß ich nicht. Ja gut, das hatten wir jetzt durchaus auch schon ein paar Mal, also so ist das jetzt nicht. Meistens freut er sich dann ungemein und fällt dem Rest unseres Anhangs, es sind immer mehr, immer weniger Leute natürlich um die Arme. Er reißt die Hände in die Luft oder schlägt einen, wenn wir dann rauskommen oder so. Ähm, aber viel gesagt wird dann nicht, da wird sich gefreut und äh, ja, das ist gut. Ja, weil ihr beide vielleicht in dem Moment dasselbe denkt, weil ihr beide sagt, der Plan ist aufgegangen. Ja, am Ende weiß jeder, genau. Weiß jeder, was der andere denkt und äh, ja. Schön. Ähm, wenn wir schon beim Thema sind mit Papa und dir, was natürlich immer ein Thema ist, ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Mein Papa war auch immer der, der gesagt hat, Junge, aufs Pferd reiten. Ähm. Wie ist die Kommunikation bei euch zu Hause, wenn man das fragen darf? Ist es schwer, sich von der Papa-Meinung zu emanzipieren? Hat sich das verändert über die letzten Jahre? Ähm, unterschiedlich. Ähm, hat sich verändert, ja, würde ich schon mal sagen. Es gab sicherlich Phasen, ähm, wo es mir etwas schwerer fiel, sag ich mal, das immer direkt anzunehmen oder vielleicht auch den Schritt weiter zu denken und, äh, zu erkennen, okay, auf lange Sicht hat er eigentlich schon doch wieder recht gehabt. Ähm, aber im Großen und Ganzen, also das waren Kleinigkeiten, minimale Ausnahmen jetzt über die ganzen Jahre hinweg. Ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, läuft das ziemlich gut. Also, er hat eigentlich von, ja, was heißt von Anfang an, aber relativ zu Beginn, äh, schon angefangen, damit uns relativ selbstständig, äh, werden zu lassen oder selbstständig Entscheidungen auch zu treffen. Ähm, wenn es jetzt um, manchmal Kleinigkeiten, manchmal wichtigere Dinge gibt, ein Distanz-Gelapssprung mehr oder weniger, dann komm rüber und guck, was du meinst oder entscheid du dich und machst nur konsequent und früh genug. Okay. So, zum Beispiel. Ähm, ja, und dadurch, ähm, waren wir dann in der, in der Pflicht, sag ich mal, oder war ich in der Pflicht, äh, diese Entscheidung teils früh zu treffen. Ähm, klar hat er immer seine Meinung dazu gesagt. Ja. Aber, ähm, am Ende musste entschieden werden und dann dafür gerade gestanden werden. Das ist, äh, ja. Ja. Und in welchen Situationen ist dir sein Rad besonders wichtig? Ähm, klar in Situationen, je, je wichtiger, je höher die, die springen, äh, oder, ja, 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 je wichtiger das Ergebnis. Vielleicht auch nicht nur für mich selbst, sondern vielleicht, wenn man in einem Team reitet. Ähm, das ist natürlich für mich persönlich viel, viel einfacher oder noch viel wichtiger, ähm, ähm, jemanden dabei zu haben, wo ich weiß, der, der weiß genau, was das Pferd in welcher Situation macht, der weiß genau, was ich als Reiter tue oder denke oder meine. Ja. Und, äh, ja, der kann sich dann demnach sehr, sehr gut drauf einstellen und, und weiß dann ziemlich genau, ähm, was er mir jetzt am besten für einen Tipp geben muss, um, um das bestmögliche Ergebnis halt abzuliefern. Ja. Dein Papa Bernd, von dem wir hier sprechen, nur dass wir auch mal seinen Namen lernt haben, nicht immer nur Papa, der ist ja selbst auch international geritten, der ist im großen Preis von Mannheim mitgeritten in Braunschweig. Der hat aber, ähm, ich glaube in seiner Karriere nie das erreicht, was du jetzt schon mit 26 erreicht hast. Ähm, ist das etwas, worüber ihr euch unterhaltet? Ist das was, wo du vielleicht das Gefühl haben könntest, du führst eigentlich das, was er angefangen hat, fort? Hm, so ein bisschen, ja. Ähm, wir unterhalten uns, also zu Hause geht es darum eigentlich eher wenig, ähm, weil bei uns keiner auf die Idee kommen würde, irgendwie das zu verkennen, was er damals geleistet hat, sage ich jetzt mal. Ähm, weil auch das, was wir, klar, wir stehen am Ende im Rampenlicht, Marie und ich. Ähm, wir kriegen auch vielleicht, wenn es gut läuft, mal die Schleife an den Kopf. Ähm. Und, äh, fahren irgendwo oder versuchen, möglichst gute Ergebnisse einzufahren, aber das ist ja noch lange nicht nur unsere Leistung. Also das, äh, beruht ja total auf seiner Unterstützung und das war halt damals ein bisschen anders. Also er kam vom ganz normalen, normalen Anführungszeichen Bauernhof, war das jüngste von zwölf Kindern. Und, äh, da jeden so zu fördern, wie er das heute bei uns macht, der geht ja gar nicht. Ja. Also ist ja keine Chance. Darum, äh, ist das ja jetzt, wie gesagt, das ist ja nicht unsere Leistung, also auch irgendwo sicherlich, aber nicht nur unsere Leistung. Hast du sie mal so gesagt? Ja, das weiß er. Okay. Also es ist andersrum genauso, dass dieses Nichtsagen, sich gegenseitig so verstehen. Ich denke wohl. Ist andersrum genauso. Schön. Und wenn du seine Leistung aus deiner Sicht mal genau beziffern könntest, wo wir also auch bei eurem Hof zu Hause sind, bei eurer Arbeit zu Hause, bei der Vorbereitung der Pferde, bei der Auswahl der Pferde. Was ist das, was, wo er den Grundstein ganz besonders gelegt hat? Oder legt? Ähm, eigentlich ging das ja, wenn man es mal genau nimmt, schon, schon los mit der Arbeit oder dem Reiten, was er früher gemacht hat. Da sind meine Schwestern und ich, wir haben da ja eigentlich noch gar keine richtige Rolle gespielt, sag ich jetzt mal. Ähm, er hat immer sich bemüht, Kontakte zu züchtern, natürlich zu pflegen, ähm, hat, hat, äh, Pferde dann zu reiten bekommen. Die wurden aber dann zu dem Zeitpunkt natürlich vermarktet und noch nicht, äh, vielleicht gehalten, bis es dann in den Weg wirklich, äh, in Anführungszeichen interessanten, soll jetzt nicht heißen, junge Pferde seien nicht interessant, aber in den höheren Sport, sag ich jetzt einfach mal, geht. Ähm, gut, davon konnten wir am Ende profitieren. Wir hatten da ein paar Züchter an der, an der Seite oder viele, viele, viele Kontakte, die er in dem Business ja nun mal hat, ähm, sodass dann doch das ein oder andere Pferd mal an uns herangetragen wurde. Und, äh, ja, ich glaube, so haben wir in der Vergangenheit eine ziemlich gute Truppe an, an Pferden haben dürfen. Ja. Ähm, ja, und müssen jetzt daran arbeiten, dass es vielleicht irgendwann nochmal so kommt, aber ist ein bisschen Wunschvorstellung, glaube ich. Ja, klar, ich meine, die Karriere sitzt.